So, ich hab Evita nach vorne, fällt mir gerade ein. Yay, Evita, schnabel. Brems. Brems. Evita, ich glaube 29, ups. Ja, ich möchte tauschen. Ah, Simsalah. Simsalah, Prokursion, Brems. So, das war's. Wir sind ein paar Sachen, da war's. Ich bin seltsam hinterher, dann schalte ich, seltsam wieder. Ich schalte mal sehen, klack. Und Geimgang, wey. Team Rocket versteckt. Wow. Kranke Mucke. Äh, ich seh grad, Pikachu ist das niedrigste Level, ne? Hier das höchste, so. Bisschen tauschen hier mal, so. Ne, und Text ist auch wohl gleich ein Level für Pikachu. Na, und so, wir brauchen uns hier mal ein bisschen. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie war das hier? Oh, wir besiegen einfach mal so zu mich hin. Musste man hier schon Passwörter sammeln? Oder ID-Karten? Weiß ich nicht mehr. Dramatour, Level 21, Donnerblads. So. Du bist so ein Arsch. Okay, es ist dein Wort passiert, Donnerblads, Wurms. Level 27, Nachholder. Ja, ich möchte wechseln. Äh, gut, exo. Wir müssen uns hier. Brems. 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 Ja, wir sind uns hier. Ja, wir sind uns hier. Was hat's gebracht? So, brauche ich nicht unsortieren? Okay, da wollen wir nicht rein. Oh, Gott, ey. Was für Musik. Was für ne Musik. Flugzeit. Yay. Wir müssen jetzt nicht weiter, aber sonst müssen wir hier laden. Ach, jetzt kann das. Da muss ich aber jetzt auch langsam spielen. Aber wenn es höchstens doppelt geschehen. Zubat. Wow, da wird's. Räums. Smaron, äh, ja, wir tauschen mal, äh, ja, Simzala. Zubat. Zubat. Ja, ich kann wieder ab. Ich kann spielen. So, Donnerblitz. Brems. Vaticali. Ja, tauschen wir mal auf. Schilock, 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 Schilock. Piss. Räums. Ja, ich kann wieder ab. Warte. Okay, wir müssen uns ab. Warte. Was war das mit dir? So, wie war das jetzt hier? Ja, musste da unten. Vielleicht in jedem Fall weiter. Wuhu. Und noch ein Gegner. Pikachu stimmt natürlich so bescheid an. Hm. Oh, so, wie? Ah, ich tausche lieber mal. Ähm, auf welchen Sinzala. Ja, ich mag meinen Simsala irgendwie. Zuerst du reinfremst? Ich sollte vielleicht bei den Schwächeren lieber Konfusion ansetzen, so. Ein Schritt nach hinten gestellt. Und in Subadran krieg ich das auch noch. Ich möchte wie ich das Pikachu stirre. Das wäre unschön. Team 10. Okay, das ist auch noch. Welches musste ich jetzt zuerst machen? Das obere oder das untere? Von dieser Rätschen, ja. So, so. So. Sonderballon, hey, die kann ich hier sogar richtig effektiv nutzen. Ähm, ja. Hm. Ich hab noch eine Wahl. So. Moment mal. Nur doppelte Geschwindigkeit erstmal. Da hin. Da hin. Zurück. Und hier den oberen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich richtig gehe. Na komm. Wir nehmen hier mal ein paar Kämpfe mit. Oh, ein Ratzfraatz. Gefährlich. Kratzer. Die. Wie beginnest du? Ich��fraatz. Ah, du hast mich tauschen. Ich hab den Rufraatz. Zu viel Schaden im Gluten macht. Oder schaden. Wie ein Arsch. Wie Dön ist das wie Pikachu muss gegrillt. Ist das geschehen als Erfahrungspunkt? Juhu. Kramatuan kann es nicht raus. Ja, da kann man witz. Gön hab ich jetzt. So, jetzt hab ich viel Text für mich dabei. Ähm, runter. Item, KP Plus. Pikachu geht's gut, wuhu. So. Hier gibt's auch noch was. Tipp 2. So, ach ja, von dem kriegen wir den Lipglück nach. Lalalala. Pikachu, tolle Mitz. Ah, ich wollte gar keinen Dranglitz einsetzen. Scheiße, ich wollte eigentlich da Schock einsetzen. Level 28, wuhu. Ah, nein, ich möchte nicht tauschen. Das kommt auch Schockmorgel ein. So, reicht auch aus. Lala. Sieht, oh nein. Also, ist ja toll. Müsst ich haben, den Liftöffler verloren. Genau das hasse ich bei den... Äh, älteren Generationen. Eeeh, scheiße. Ich hab doch einfach scheiße. Ich hab so viel Kacke dabei. Sondern dann werden wir mal nachkommen. Spür den mal. Können wir Bluthexe mal wiederbeleben mit. So, dann nehmen wir noch den Top-Toyle. Dann haben wir sogar noch zwei Plätze fallen. Jetzt haben wir Sinn. Na, ich muss nur Ding vor dem nächsten Mal. Wenn ich, äh... zum Dingens komme... Wir haben ja schon. Das haben wir, gut. Äh, nächstes Mal an dem PC können wir im Weg mal leer machen. So, ähm... Obadadadadadabadadab. So, jetzt kommen wir hier... um Gottes mal na la la. Ähm, ein Nugget... Das ist natürlich jetzt ganz toll, dass wir ein Nugget dabei haben. Die ganzen anderen Items einfach mal nicht aussammeln können. Mondstein? Okay, da haben wir noch eine Mote. Ähm... Jetzt kann er weiter am Eiternstrahl... Ähm... Ich würde gerne was wegschmeißen. Ich würde das bei Fluchtzeile ach... ... mit dem... Ja, weg damit. Denken wir jetzt mal... ... das wird später noch kaufen. Ähm... ... das hier wohl geschwahl... ... oder auch nicht, das war... ... oder nicht? So... ... dann... ... mit dem... ... ich hab's da drüben noch was gedacht... ... da geht's hier lang... ... so... ... das hier noch was... ... das glaube ich auch noch ein Item... ... Paz, Paz, Potexo... ... gut... ... oh, Radikal... ... nein... ... oh, jetzt machst es aber platt... ... komm schon... ... wunderbar... ... nein... ... und... ... hey... ... Kratzer... ... so... ... wenn ich mich nicht tauschen... ... lululu... ... ah, das geht doch hier ganz schlaffer von der Hand... ... und... ... ach, da war auch noch einer, das stimmt... ... ja... ... ja... ... oh, gut... ... dann muss... ... oh, schön... ... nur ein Aussitzer versucht, das ist vorteilhaft für mich... ... ja, ich kann auch nicht tauschen... ... gut... ... du Arsch... ... das kann nicht nur vergibt... ... von Pokémon... ... und ich hab nichts dagegen... ... 25... ... yay... ... ähm... ... über... ... äh... ... Komposition sollte reichen... ... ja... ... denn jetzt war das... ... noch ein Hebatrank... ... wunderbar glücklich noch einen dabei haben... ... ähm... ... ich weiß gar nicht... ... krieg noch irgendwas... ... so... ... ich weiß gar nicht, das bin ich beim Ausgang... ... über Geschoss 2... ... da bin ich glaube ich eingestiegen... ... ja... ... unter Geschoss 4... ... da wollen wir hin... ... das ist ja... ... kein Schritt weiter... ... ach, jetzt kommen die... ... du hast uns am Mond... ... wird ganz schön gedemütigt... ... aber... ... Rache ist süß... ... du Arznasen... ... ähm... ... hatte ich den... ... hier eigentlich auch vorgespult... ... oder hatte ich die... ... ne... ... die hatte ich auch noch mal gelassen... ... Team Rocket möchte kämpfen... ... Team Rocket ist jetzt... ... smoggernein... ... oh mein Gott... ... und sie sind Level 25... ... yay... ... Glut... ... das überdeckt meinen... ... Glutexor sowieso nicht... ... naja... ... ich glaube ich... ... die Rot und Blaue... ... wirklich besser im Kopf... ... als... ... diese Edition hier... ... so... ... na komm... ... so... ... das war's mit... ... Smoggerne... ... Mann... ... Mauti... ... ja... ... ich möchte... ... wechseln... ... ich habe zwar keinen Kampf... ... aber... ... ich habe... ... ähm... ... Schellok... ... na komm zurück... ... Blutexor... ... los... ... Schellok... ... so... ... Biss... ... Attacke... ... lalala... ... voll toll... ... wunderbar... ... und Biss... ... Kreide... ... Schrei... ... wie... ... ich verstehe mal nicht... ... warum da durch die Verteidigung sinkt... ... genauso wenig... ... wie durch Wunten schlag... ... die Verteidigung sinkt... ... ah... ... Retter... ... ähm... ... ja... ... möchte ich wechseln... ... weil grad halt... ... die Verteidigung runtergegangen ist... ... Döööööööööö... hat dann wenig geld team rocket das licht und jetzt sind sie weiter ich weiß es ist ein item nicht wenn es mehr platz nach haben Ah, komm. Ja. Eisen und Verschaffen zu. Äh, Giovanni. Werde ich auch nicht spuren. Ich bin beeindruckt, du bist tatsächlich weit gekommen. Team Rocket finanziert mit Pokémon seine finsteren Pläne. Ich bin hier der Boss, Giovanni. Mach dich bereit, Hüllenkraden zu leiden, bicht. Giovanni möchte kämpfen. Giovanni setzt... Oh, nix. Ein, da ist natürlich... Du, Texo, die absolut Top-Wahl. Und tschüss. Biser Knosp. Hm, dam, 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 dam. Yay, Raserei. Die bräuchte natürlich sehr viele Attacke, um das wie schnell down ist. Wieso zum Beispiel? Hm. Gut. Bräuchern, weil ich möchte ihn nicht wechseln. Aber man sieht schon, mein Level ist so leicht über den Level des, sag ich mal, Endbosses von dem Dungeon. Verkästeneffekte, Bräuchern, oder wie gesagt, noch selten Erfahrungenspunkte. Level 28. Snowbillicates. Snowbillicates. Snowbillicates von Shilok. Yeah. Level 29 schon. Wow. Ich glaube nicht, dass du mein ganzes Team hast. Du bist eine ganze Aqua-Kamera. Ich spritze es mit Wasser. Das würde ihm bestimmt Schaden zufügen. Das hört sich so lächerlich an. Wenn wir darüber nachgehen, bis wir das ein bisschen mehr schna... Mehr Schnaden. Mehr Schaden. Joa, ähm... Das kann jetzt ein bisschen dauern. Weil die Animationen sind zwar sehr, ähm, action-geladen noch. Ja, das ist halt eins der ersten Spiele. Das ist aber trotzdem eins der schönsten Spiele von Pokémon, wie ich finde. Mega-Block, yeah. Es ist tot. Ne, besiegt nicht tot. Wir begegnen ihn wieder. Shilok, Level 28. Wunderbar. Giovanni wurde besiegt. Nein, ich habe glücklich versagt. Und auch Geld. Schon wieder Geld. Offensichtlich drin ist du deinem Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem, würdest du meine Ziele und Bewegegründe nie verstehen. Diesmal lasse ich dich noch von dannen ziehen. Mhm. Doch wir werden uns wiedersehen. So, ich stand jetzt auf dem Savescope. Ja, genau. Deswegen habe ich ihn auch von hinten angesprochen. Damit ich sogar so Kleinigkeiten mal zeigen kann, wie dann so passieren können. Ich muss jetzt eine Sache wegschmeißen. Jetzt kann ich den verdammten Achten mit dem Superball. Jetzt muss ich hier wieder runterkommen. Und ich weiß nicht, ob sie eventuell dann weglitscht. Das kann nämlich... Ich weiß nicht, ob das passieren kann. Ich habe das jetzt nämlich immer mitgenommen. So, jetzt habe ich es drauf. Den brauchen wir nämlich. Der ist untergeschoss. Ach, hier müssen wir jetzt auch noch. Ja. Blalalala. Blablabla. 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 Nicht kämpfen. Du nichts. Oh, man muss so. Ach, der hat sich gerade gebrochen. Oh, sch. Ich kratze dich halt kaputt. Genau. Ich kratze einen Slime einfach kaputt. Nur weg. Aber ich bin nicht mehr gebrochen. Uhu. Nein, das war falsch. Verdammter Mist. Ich glaube, die Texte stört jetzt, weil ich mich verdrückt habe. Auch nicht. Aber auch den. Ja, alle Rockets sind noch da. Was ist ja sehr ziel.